Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir uns von diesem Verrückten hier eine Aussage angehört von Anonymous TBD. Ein wunderschöner Name, er hat sein Gedächtnis verloren, deswegen weiß er seinen richtigen Namen nicht mehr. Und Satmali hat ihm einfach diesen Namen gegeben, sehr kreativ wie ich finde. Und er gibt auf jeden Fall eine Aussage ab hier. Er behauptet, dass er ganz in der Nähe vom Tatort war, nämlich auf dem anderen Berg daneben, auf dem Berg Ponypony. Und dass er von dort aus mit seinen Fernbläsern dem Ritual zugeschaut hat. Das kann aber nicht sein, denn während des Rituals ist dieses Jahr von einem Vorhang umgeben. Das haben wir sogar hier auch als Beweis. Und deswegen hat er da nicht reinsehen können. Der Bergponypony ist ja sogar etwas tiefer gelegen als der Tatort, als die Spitze vom Berg mit dem inneren Heiligtum. Und deswegen hätte er es nicht sehen können. Das ist also ein Widerspruch. Objection! Your Majesty. I had my doubts about this bushy bearded witness, but now I know we can't trust him. What? You ain't just judging me solely on my bodacious beard, Iyer? Not at all, Mr. Emus. It's much more than your sketchy appearance. It's your sketchy testimony. His testimony, you say? Yes. Recall how the Inner Sanctum was that day. Specifically, that it was completely enclosed by the Ritual Curtain. Why, yes. I believe you're right. The curtain would have completely blocked the witness's view from Mount Ponypony. Therefore, he couldn't possibly have seen the murder happen. Mr. Emus, have you been knowingly making false statements for this court? The witness will lower his voice. I didn't actually see the accused herself. He didn't actually see the accused herself? What's that supposed to mean? Let me set the record straight. I beg you. Okay. Vielleicht die nächste Aussage. Yippie. Oh, weia. So, was erzählt er diesmal? The Night of the Murder amended. Die Nacht des Mordes. Ich weiß gar nicht, was amend heißt. Halt jetzt vorgeführt, denke ich mal. Oder verbessert, erweitert, irgendwie so. Keine Ahnung. I saw the shadowy silhouettes projected against the Ritual Curtain. Aha, okay. Jetzt sagt er, dass er die Schatten, die Silhouetten der Person da gesehen hat, die halt am Vorhang zu sehen waren. Das stimmt schon. Schatten könnte man da wahrscheinlich sehen. Da war ja auch, das Feuer war da ja auch da. In den Laternen. Also Schatten könnte man eventuell sehen. Das stimmt tatsächlich. Aber da würde es trotzdem irgendwas nicht stimmen. The figures were created by the light. Genau, of the full moon and the... Achso, ne, full moon, okay. On the clear and still nights. Ne, okay, er sagt jetzt, doch, die Schatten wurden durch das Licht des Vollmondes halt herbeigeführt. Es war ja auch eine klare und stille Nacht. Das haben wir auch beim Wetterbericht gehört. Das stimmt. Da waren kaum Wolken in der Nacht des Mordes. Und deswegen, das kann auch sein. Natürlich. Aber die Fackeln, die Laternen waren ja sogar auch noch da. Also es war auf jeden Fall genügend Licht da. Da gebe ich ihm schon recht. She was just a shadow, but I could tell it was the accused. You were gripping the dagger. Okay. Es war zwar nur ein Schatten, aber ich konnte trotzdem klar erkennen, dass es die Angeklagte war, wie sie den Dolch, das hat er beim letzten Mal schon erwähnt, wie sie den Dolch halt umgekehrt quasi verkehrt herum gehalten hat. Wir haben ja gehört, dass Maya tatsächlich, also Sadmadi behauptet das, dass Maya angeblich wirklich von hinten das Opfer erstochen hat, aber trotzdem in den Bauch. Sie ist also von hinten an ihn rangegangen, hat dann vorneherum ihn in den Bauch quasi erstochen. Und deswegen hat sie den Dolch halt quasi falsch herum gehalten. Im Prinzip, damit sie ihn von vorne herum in den Bauch erstechen kann. Und das will er gesehen haben, nur anhand der Schatten. Aha. Shadows? Das ist das, was du gesehen hast? Das ist richtig. Ich konnte sehen, was war bei den Schatten, die Schatten auf dem Ritual-Curtain gehalten hat. In der Zukunft, Mr. Emus, ich würde lieber, dass du eine gewisse Testimone aus dem Beginn geben würdest. Entschuldigung, mein Hauptmann, Mr. Magistri. Jog es auf meine faszinierenden Memorien. Weil er aber Schadows gesehen hat, ist es noch ein wertvolles Testimone. Du musst mich schuldigen. Was werden wir jetzt tun, Nick? All ich denke, ist, dass ich mich für inconsistenz, zwischen dem Ritual-Rit und was Mr. Emus sagt, er sah. Oh, genau dann. Du defendst mein Cross-Examen, du wirst noch einmal mehr. Okay. Da habe ich jetzt noch nicht sofort einen Widerspruch entdeckt. Beim letzten Mal, das mit dem Vorhang, habe ich ja schon gedacht, bevor die Aussage überhaupt kam. Diesmal weiß ich es noch nicht. Vielleicht muss ich auch erst angreifen und es müssen neue Aussagen hinzukommen. Ich werde auf jeden Fall. Es sind ja sogar nur drei Teilaussagen. Das ist sehr, sehr wenig. Also ich glaube, dass da noch welche hinzukommen. Also, er hat die Silhouetten, die Schatten gesehen, die halt auf den Vorhang projiziert wurden. Hold it. So, what you saw were simply shadows. That's right. Those shadow figures on the bright white curtain. They showed through plain as day. I could see everything that happened. But Miss Faye and Abbott in me were at the top of a mountain late at night. The only light up there was coming from four small lanterns. How could the shadows have been projected dead clearly onto the curtain? Ja, wegen dem Mond. No wonder people have on you lawyers. You're always so dang skeptical. The lanterns weren't the only sources of light, you know. Mhm. Ja, mit dem Licht gibt's an sich keine Probleme. Aber mit dem, mit den Schatten selber halt vielleicht. Auf jeden Fall, die Schatten wurden halt kreiert durch das Licht vom Vollmond. Es war ja auch eine Klage und stille Nacht. Hold it. You claim to have seen shadowy figures that were projected onto the original curtain. But did you really see them, Mr. Emus? Of course I did. The bright moonlight projected them onto that curtain. Clear as day. It was like watching a scene out of a horror movie from my front row seat at Mount Ponypony. Hm. I guess the moon does shine a bit brighter when you're way up there. Maya, do you recall how bright the moon was that night? Um. I remember there weren't any clouds and that the moon was definitely out. But I don't remember if it could cast any shadows. Okay, thanks. We can't deny that the moon was really bright. Which means it's possible that it was bright enough to cause shadows to appear. Ha 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 ha. I remember it just like it happened. Mhm. She was just a shadow while she told it was the accused. Reverse gripping the dagger. Hold it. Hold it. Hang on. How do you know it was Miss Faye if all you saw were shadows? It was that little bun on top of her head. Ha ha ha. Didn't need to see her face. That distinctive pops of that giveaway. Never underestimate my keen sense of observation. Ha 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 ha. Now that's one funny haircut. It's not nice to make fun of a girl's hairstyle. I like my hair this way. Besides, you want to talk, you Sasquatch. Eh, no, not Sasquatch. So. You're not into this wild manly look I'm spotting. Show us what you know, little girl. Ha 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 ha. Nick. Isn't there some kind of a crime you can charge him with? I'm afraid it doesn't work that way. Now he claims he only saw shadows. His testimony has sketchy written all over it. Then there must be an inconsistency in there somewhere. Yep. Was he really watching everything from Mount Ponypony? So. Then there should see how his testimony lines up with the conditions of the rights. Doch, ich muss einen Widerspruch finden. Okay, krass. Oh Gott. Äh. Okay, ist es safe, die dritte? So, jetzt warte. Ich meine, ich habe ja einige Beweise. Äh, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Also es war zwar nur ein Schatten, aber er konnte klar erkennen, dass es die Angeklagte ist. Und zwar genauer gesagt wegen ihren Haaren, wegen dem Dutt, den Maya oben hat. Ähm. Das sagt er zwar jetzt nicht hier, aber beim Angreifen hat er das gerade gesagt. Und er hat auch gesehen, wie sie den Dolch halt gehalten hat. Und zwar falschrum mit, quasi mit der Spitze zu ihr zeigend. Damit sie halt dann, äh, angeblich den Hohepriester von hinten in den Bauch erstechen konnte. So. Ähm. Warte mal, jetzt zeigen wir doch mal das Poster erstmal. Wo habe ich das? Ähm. Hier. Ich meine, der ist ja nur zwölf Meter tiefer und das ist ja eine relativ große Distanz. Also das ist schon okay, glaube ich. Wenn das jetzt arg viel tiefer wäre, der andere Berg, dann könnte man das vielleicht nicht erkennen. Aber so, das kann schon sein, dass er da die Schatten sehen konnte. Also da speziell habe ich jetzt nichts dagegen. Ähm. Das Gute ist, ich habe gar nicht so viele Beweise, die jetzt hier wichtig sind. Äh. Genau. Was Phoenix auch noch gesagt hat, ist die Reihenfolge der Rituale oder des Rituals wiederum. Das hat ja verschiedene Abschnitte. Warte mal kurz. Moment. Ne, das ist hier beim, bei den Notizen hier, genau. Ähm. Es ist doch so, dass zu dem Zeitpunkt Maya schon die Robe anhatte. Und dass er deswegen ihre Haare gar nicht hätte sehen können. Moment. Ähm. Wie war das jetzt nochmal? Ist doch kompliziert. So, der Hohepriester liest es vor. Während die Priesterin, also Maya, die Robe von Lady Kira anlegt. Ja doch, das passt eigentlich schon dann. Also das ist gut für uns, würde ich damit sagen. Weil, äh, also in der Divination Seance, als der Hohepriester, also ganz am Anfang der Divination Seance, sah ja Maya noch normal aus. Da hat sie noch ihre normale Kleidung angehabt. Dann hat er ja hier da reingeschaut, sich gedreht. Und dann Lady Kira vor sich gesehen. Ja, genau, das stimmt. Okay, ja, jetzt, jetzt habe ich es, genau, klar. Weil, ähm. Obwohl, ja, ne, habe ich. Das ist jetzt sehr verwirrend gerade, finde ich. Ich weiß gar nicht, was hat Mardi jetzt eigentlich behauptet, ehrlich gesagt. Er hat ja jetzt zugegeben, dass Maya ihn von hinten angegriffen hat. Hat sie denn da jetzt die Robe von Lady Kira angehabt oder nicht? Was ist denn da seine Meinung dazu? Eigentlich ja nicht, oder? Weil der Hohepriester hat, äh, der Hohepriester hat ja eine dritte Person vor sich gesehen. Nämlich die Person, die tatsächlich die Sachen von Lady Kira anhatte. Aber eigentlich hätte zu dem Zeitpunkt Maya schon die Robe von Lady Kira anhaben müssen. Bei der Divination Seance hat man ja auch den, hat er auch den Weihrauch gerochen, äh, der immer näher kam. Und die Robe von Lady Kira ist ja auch mit Weihrauch bedeckt. Also doch, Maya hätte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon die Robe anhaben müssen. Das heißt, dass er nicht mehr hätte erkennen können, dass es Maya war. Richtig? Ich glaube, das ist der Witz. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das ist nicht so eindeutig jetzt. Also, äh, halt, ich will damit nicht sagen, dass die Aussage nicht eindeutig wäre. Äh, aber halt, meine Erklärung ist nicht eindeutig. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Weil es könnte noch eine bessere Erklärung geben, die dann wirklich eindeutig wäre. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Hier, hier, das ist halt sehr komisch, dass er das mit dem Dolch extra dazu sagt. Dass sie den Dolch andersrum gehalten hat. Aber ich hab den Dolch ja nicht. Ich hab gar nichts zum Dolch bei den Beweisen. Das passt mit der Divination Seance aber auch wieder überhaupt nicht. Die Divination Seance ist ja das Allerheiligste und die ist ja auf jeden Fall richtig. Und das stimmt ja tatsächlich auch. Ich glaub dem ja auch. Die Insights sind halt falsch. Aber die Divination Seance an sich ist ja richtig. Ähm, und da hat man ja auch gesehen, wie Lady Kira dann vorhin mal aufgetaucht ist. Und wie Lady Kira den Dolch in der Hand hatte. Und wie dann von vorne er quasi erstochen wird. Also wie hätte es denn sein können, dass dann Maya noch von hinten kommt mit dem anderen Dolch, obwohl es ihn dann nur einmal gibt. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Wieder mal. Aber ja, ich probier das mal noch. Ähm. Weil mir nichts besseres einfällt. Das ist aber nicht so ein tolles Zeichen. Äh, es ist schon halbwegs logisch, finde ich. Weil Maya hätte die Robe schon anhaben müssen zu dem Zeitpunkt. Und dann hätte er nicht mehr erkennen können, dass es Maya ist und so. Scheiße. Ah, fuck. Das Statement ist inkonsistent mit diesem Stück von Evidenz. Let's go and move on. Abondent is funny. You know very well, your Evidence proves nothing. Nice try. But you can't make me give up. I'm going to prove I'm right. You can point your finger as much as you want, but you're simply wasting your time. It's a pitiful sight to see a lawyer who doesn't know when he's beat. I just need to hang in there a little longer. Das kann ich aber loben an dem Spiel bisher. Also immer wenn ich bisher einen Fehler gemacht habe, dann war es auch so, dass ich mir schon dachte, äh, ob das wirklich stimmt. Und immer wenn ich mir sicher war, hat es auch gestimmt. Also es war bisher immer eindeutiger eigentlich. Und jetzt gerade war ich mir ja nicht ganz sicher. Also es muss irgendwas Besseres geben. Aber ich will nochmal kurz überlegen, bevor ich dann den Part gleich beende. Ähm. Gibt es, ist doch bei einer von den anderen Aussagen irgendwas falsch. Er hat die Schatten gesehen, die gegen den Vorhang projiziert wurden. Hier, ähm, was steht da nochmal alles? Äh, ja, Lady Kira wurde überall gesehen. Äh, das mit dem Eis ist auch so komisch gewesen. Das ist aber eigentlich schon logisch. Das ist ja geschmolzen, das ganze Eis, was da noch war. Weil an dem Tag des Mordes war ja auch schönes Wetter. Und in der Nacht ja auch noch. Okay. Ja, also über die Nacht hinweg kommt noch eine Kaltfront. Dann. Ja, das, nee, aber das ist, glaube ich, nicht. Ich meine, eine Kaltfront alleine, es ist halt dann kälter geworden vielleicht. Ja, aber eine Kaltfront alleine muss ja nicht unbedingt mit Wolken auch einhergehen. Also, ich glaube dem schon, dass er, dass er gute Sicht drauf hatte. Und ich glaube ihm auch, dass er Schatten gesehen hat. Aber halt nicht, äh, nicht Maya. Und er hat die Schatten nicht so genau sehen können, um Maya da zu erkennen. Das ist ja, glaube ich, das. So, die Schatten wurden vom Vollmond kreiert. In der klaren und stillen Nacht. Ja, das glaube ich dir schon, dass die klaren stillen. Weil ich glaube, es muss die dritte Aussage eigentlich sein. Aber hier, Maya-Statement, was ist das nochmal? Das Wasser war schon rot, wo die angekommen sind. Nee, damit kann ich aber auch nichts machen, glaube ich. Hier die komischen Flaggen, die zusammengenäht waren. Nee, der Drohbrief. Ich muss halt nochmal alles durchgeben, wieso immer. Äh, der Gefängnisausbrecher. Nee. Der Brief, der Umschlag, beziehungsweise, nee. Plumen-Punisher wird das übrigens ausgesprochen. Nicht Plum-Gefiedert, heißt das, glaube ich. Plumt, habe ich auch nicht gekannt. Egal, ist ja nur ein Eigenname. Nee. Verdammt. Hier, der komische Brief. Da habe ich ja auch gar nichts. Ich weiß nicht, was da steht. Warte mal, hier nochmal Autopsie-Bericht. Hier, das. Nee, bringt mir auch nichts. Über den Hohepriester hat er ja keine Aussage gemacht, wo der war. Die Wunde wurde vom Warbad-Dagger ausgelöst. Oder herbeigeführt, wie auch immer. Das ist komisch. Ich würde gerne zur Divination-Seance was präsentieren, aber ich habe die ja nicht als Beweis. So richtig, weil seine Aussage stimmt nicht mit der Divination-Seance überein, würde ich sagen. Weil der Hohepriester hat Lady Kira mit dem Dolch vor sich gesehen und dann soll er von hinten von Maya erstochen worden sein. Das kann ja gar nicht sein. Aber hier, Tadort-Foto, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Hier die, die Robe. Vielleicht habe ich sogar, das könnte sein, das wäre ein bisschen doof. Vielleicht habe ich sogar das Richtige gemeint. Vielleicht ist es schon so, dass meine Argumentation stimmt, dass Maya eigentlich die Robe hätte tragen müssen und ich muss halt auf die Robe hinauskommen, deswegen muss ich das hier präsentieren und nicht die reine Folge der Rituale, wie ich das gemacht habe. Das könnte sogar auszahlen. Ich weiß aber nicht sicher, weil bei dem Tatort-Foto, das ist ja jetzt, das gilt ja jetzt als offiziell, das hat ja, das hat Mali auch irgendwie erkannt, so wie Star ist. Und laut diesem Foto hat er ja Maya doch nicht die Robe an, weil ja die echte Lady Kira irgendwie aufgetaucht ist oder irgendwie so. Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Warum habe ich denn zum Dolch nichts? Das krebt mich auch auf. Wenn ich dazu irgendwas hätte... Ich probiere jetzt, ich werde bis zum nächsten Mal das nochmal... Ich gehe nochmal dann jeden Beweis genau durch und schaue mir das nochmal an. Ich versuche jetzt mal noch einmal schnell das hier. Aber ich weiß nicht, das gefällt mir eigentlich auch nicht. Ich habe bei keinem Beweis wirklich eine gute Idee. Das ist doof. Ich probiere jetzt mal trotzdem noch das. Ja, das war eigentlich klar. Hätte ich auch gleich sein lassen können. Aber jetzt kommt ein anderer Text ein. Ich weiß nicht, das ist das Problem. Sorry, das Schreie hat einfach so ausgelöst. Es gibt sogar verschiedene Bestrafungstexte, das ist ja voll cool. Ich sollte häufige Fehler machen. Ich weiß nicht, dass wir in Ihrem Lande aber wir werden von solchen rassigen Ausflüssen hier. Vielleicht wird das deterren, irgendwelche Zukunfts-Urges, die du vielleicht haben möchtest. Ich helfe mir nicht in meinem Fall in der Judges' Augen. both literally and figuratively. Ah stimmt, ich könnte sogar jetzt mal das Feature auch mal. Das habe ich ja noch gar nicht benutzt bisher. Genau, das habe ich mir ja auch schon mal geschrieben. Wenn ich zweimal einen Fehler mache am Stück, dann kann man einen Consult machen und dann kriegt man nochmal so einen kleinen Hinweis. Irgendwie. Das könnte ich mal beim nächsten Mal vielleicht machen. Dann habe ich das auch mal einmal gezeigt, dieses Feature. Ich würde ja ganz gerne alles einmal zeigen wollen, weil ich bin jetzt nämlich auch aufgeschmissen. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir aber trotzdem bis zum nächsten Mal nochmal überlegen, ob ich vielleicht noch selber eine andere Idee bekomme. Aber ich werde beim nächsten Mal das mal benutzen, dieses Feature. Weil ich bin ja, ich weiß es gerade wirklich nicht. Muss ich sagen. Aber ja. Ich würde erst mal sagen, auf jeden Fall, das war es hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Aussage hier. Ich werde dann mal consulten und gucken, ob mir Phoenix noch irgendwelche coolen Tipps geben kann. Wann bin ich jetzt bei der zweiten? Habe ich gerade bei der zweiten Aussage präsentiert? Ich Idiot. Alter. Es hat wahrscheinlich doch gestimmt einfach. Egal. Beim nächsten Mal werde ich es dann schon herausfinden und dann wird es schon. Ja, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Geist. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017